Ja, wir sind jetzt bei Piwi und die Firma hat an euch Home Recorder gedacht und vielleicht erzählst du mal selber, was es Neues gibt. Ja, nicht nur Home Recorder. Also wir reden hier über Gitarristen, die diesen neuen Mini-Head mit auf die Bühne nehmen können. Das ist der 6505 Mini-Head. Der hat die gleiche Funktionalität wie sein großer Bruder. Runter gerechnet auf 20 Watt Ausgangsleistung mit 2 EL84. Also es ist ein Vollröhrentop-Teil. Ein Dreikanaler. Fußschaltbar. Sämtliche Kanäle und Effektsloop, alle Funktionen sind fußschaltbar. Das Schöne an dem Gerät verbirgt sich eigentlich auf der Rückseite. Zum einen kann ich die 20 Watt Ausgangsleistung bis auf 1 Watt runterschalten. Zum anderen kann ich aber den Lautsprecher komplett abschalten. Ich habe hier einen Power Soak eingebaut, kann den Amp ohne Lautsprecher verwenden. Warum? Weil er einen DI-Ausgang hat. Einmal um es in den Mischpult reinzustöpseln. Zum anderen aber über das USB-Interface, was hier auch eingebaut ist, direkt in den Rechner zu schicken. Das heißt, ich habe hier ein Röhreninterface mit meinem Lieblings-Amp, dem 6505, und kann diesen Sound direkt in meinen Rechner reinschicken. Klingt super. Ich denke, das Teil werden wir vielleicht auch mal antesten bei euch. Ich denke, das ist ein Röhreninterface mit dem Geyspulten.